Endgeräte, die den gleichen Netzwerkanteil verwenden, können unter bestimmten Voraussetzungen ohne Router miteinander kommunizieren. In unserem Beispiel sind mehrere Segmente über Schicht 1 Komponenten miteinander verbunden. Alle Komponenten, die eine IP-Adresse der Klasse B beginnend mit 172.16 verwenden, können Daten miteinander austauschen. Sie befinden sich in der gleichen Broadcast-Domain. In diesem Beispiel findet keine weitere Unterteilung des Netzwerkes durch Subnetting statt.